Von Regisseur Brian De Palma, Meister des erotischen Thrillers Suspense. Sensation. Dieses Model trägt mehr auf der Haut, als Sie denken. Zehn Millionen in Diamanten. Das ist kein Spiel, dabei kann man draufgehen. Denkt dran, keine Namen und keine Waffen. Lauf! Die Nutte hat uns reingelegt. Sie ist mit den Diamanten abgehauen. Knappe vier Millionen. Für einen Abend nicht schlecht. Wo sind die Diamanten? Zwei Leben. Es fehlt nur eins, die Frau des Botschafters. Scheiße. Zwei Welten. Richtig eifersüchtig gemacht. Eifersüchtig? Ja. Eine Frau. Ich bin ein böses Mädchen. Richtig böse. Brian De Palmas Femme Fatale.